So, weiter geht's mit Welt 41. Ich hoffe, es läuft besser als... Ja, hier sind solche... Uh, ihr denkt jetzt bestimmt, oh, hier sind keine Gegner. Hm, wo sind nur die Gegner geblieben? Da ist ja schon einer. Und er wird mich jetzt, glaube ich, auch fertig machen, weil ich nicht mehr hier raus kann. Ich habe Glück gehabt, wie ihr seht. Uh, sehen konnte. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ein guter Start. Ein wirklich guter Start. Oh, hier ist noch ein Gegner. Komm, schlapp dir die Bombe, schlapp dir die Bombe. Ah, fast. Fast. Ah, da ist ja noch einer. Und er läuft amok. Ja, 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 ja. Zeitbomben? Okay, das ist schon zu schnell. Egal, egal. Ich freue mich einfach nur, in dieser Welt zu sein. Denn das die letzte Welt war. Desastös. Einfach nicht. Nicht zumutbar. Nicht für mich und auch nicht für den Zuschauer. Lass mich kurz überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich mache es einfach so. Ja, man muss immer auf der Hut sein. Die Gegner lauern nämlich überall. So. Man kann es runterfallen. Wenn man sich so anstellt wie ich. Gehst du wieder nach oben? Dankeschön. Komm. Ja, 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 ja. So, was haben wir denn jetzt hier noch für... ...super Teile? Gehst du kaputt? Gehst du kaputt? Nein. Du willst anscheinend noch nicht kaputt gehen. Kann ich dir nicht verübeln? Ich wette, da ist sowieso nichts mehr. Das war klar, aber egal. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. 4-3. Ich glaube, hier sind massig Gegner. Okay, eine Bombe. Eine Bombe, die ich auf Anhieb erwischt habe. Das ist nochmal erfreulich. Und noch ein Gegner hier? Nein. So, dann lasst mich mal kurz hier selber. Hey, dich Randschuhe wäre es so viel einfacher. Was haben wir denn hier für... ...für ein Quatsch aufgebaut? Ich dulde kein Geplapper. So, jetzt auf. Ich wette, hier ist ein Gegner. Ah, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Hier ein Gegner? Nein. Hier vielleicht? Oh, da. Sorry. Noch ein Herzchen. Weil ich ja auch zwei Herzchen brauche. Weil vor allen Dingen... ...zwei Herzchen überhaupt nichts bringen. Überhaupt nichts bringen, da... ...da man... ...nur eins haben darf. Egal. Ich will nicht meckern. Ich will nicht meckern. Oh, oh, oh. Wow. Ich habe die Tür gezoffen. Ich glaube es nicht. Oh. Ich habe die Tür gezoffen. Ich habe die Tür nicht gesehen und ich habe sie gezoffen. Ganz einfache Erklärung. Deswegen muss ich hier alles nochmal machen. Wow, du bist ein sehr harter Gegner. Ich muss auf dich aufpassen. Denn sonst... ...kann das ein böses Ende mit mir nehmen. Mhm. Bloß nicht runtergucken, Bomberman. Mir wird sonst schwindelig. Okay. So, Leute. Kommt ihr jetzt runter? Ja oder nein? Du kommst sogar runter. So. Oh! Boah, war das knapp. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin einfach nur ein Schottel. Egal. Ich wollte die Bombe eigentlich nicht auf die Kettenveraktion bringen, sondern nur auf mich selber, damit er nicht auf mich zukommt. Aber ich war wieder zu schnell. Zu viele Rollschuhe. Oh. 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 Perfekt. Oh. Ja, ist ja egal. Ich hab sowieso dieses Teil und... Oh. Die Tür zieht mich auch noch nicht so sehr. Da, ich... Ja, wow. Hier ist ja noch ein Gegner. Oh. Oh. Okay. Ich wette, ich muss hier eine Bombe legen. Oh, shit. Wow. Wow, 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 wow. Das ist knapp. Oh, ich scheiße auf die Bombe. Oh, ich muss da eh da so wahren. Hey, wie... Oh, wie mach ich das denn jetzt hier? Ich guck mal nach, ob da zu ihm vielleicht ein Handschuh ist oder sowas. Oh. Nein. Kein Handschuh für Bomberman. Kein Handschuh für Haze. Handschuh. Handschuh, Handschuh, Handschuh. Oh, nein. Nein. Ich wollte dich haben, kleiner Bomberman. So. Oh. Oh, Mann. Ist das knapp. Naja. Man muss halt auch Risiko eingehen können. Nicht nur bei Spielen, sondern auch im Waden gehen. 40, 5. Oh, mal schauen. Ich glaube, hier kommt wieder so ein Amokläufer. Oh. Geil. Geil. Boah, geil. Ah, da ist er ja. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Wie gesagt, es ist nicht gut, zu viele Zollschuhe zu haben. Oh. Oh. Ach, ist das schön. Oh. Ist das herrlich. Ist das herrlich, wenn man diese Zeitbomben hat. Oh. So, ich möchte hier rüber. Mit Verlaub. Wenn es ihnen keine Umstände macht, möchte ich jetzt gern da rüber. So. Man kann gar nicht da drunter fallen. Na ja, ich bin klar. Ähm... Ich gehe das systematisch an. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, kleiner Bombenfreund. Okay. Okay, okay, okay. Das ist auch kein zu... allzu großes Risiko. Geh hier hin. Ähm... So. Oh. Ah, auch keiner da. Was soll das denn jetzt hier? Oh. Keine Gegner mehr hier? Oh, das wundert mich gerade ein wenig. Oh. Ich muss gar nicht das über. Und ehrlich gesagt, pfeife ich drauf, was auf der anderen Seite ist. Hm. Hm, hm. Vorletzte Stage. Also, die letzte Stage vorm Boss. Ja, das war sehr klug gelegt. Aber so bin ich halt. Ach, wie machen wir das hier? Oh. Oh. Hier ist doch irgendwo wieder einer verstanden. Lustig ist doch. Oh. So. Oh. Oh. Hier noch einer. Oh. 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 Dann hier entlang. Und nach oben. So. Immer alles sehr sehr, sehr vorsichtig angehen. Haha, ich hab ein Herzchen. Geil. Verfolgt mich. Hilfe, Hilfe. Ach, easy. Toll, ich nimm's trotzdem. Ich kann einfach nicht widerstehen. Sieg, Sieg, Sieg. So, rein hier. Ach, herrlich. Endlich nimmt das wieder seinen gewohnten Lauf hier. Ähm. Okay. Mantelmann. Oh, oh, oh. Oh, oh, was mach ich jetzt? Oh, du hast auch Zeitbomben. Oh, 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 oh. Oh, kaputt. Ich bin supermächtig. Oh, 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 oh. Jo. Haha, Zeitbomben. Ich bin der Beste. Yay. Yay. So. Jetzt kommt der Spaß. Oh. Bomberman. Bomberman. Äh. Machst du auch was? Ey, du frisst meine Bomben oder was? Oh. 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 Äh. Oh. Ja. Ah. Mantel. Ich will dein Mantel. Hm. Dann nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Yay. Yay. Oh. Ich hab mein Herz nicht verloren. Nicht schlimm. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei der letzten Welt. Ja. Bis denn.